Hallo. Setzen wir uns jetzt einfach so hin? Okay, so ohne Musik, ohne Entree, ohne Jingles, finde ich ganz gut. Guten Tag Palina, guten Tag liebes Publikum, ich freue mich sehr. Ja, Palina, du weißt das noch nicht, aber du bist der ideale Gesprächspartner für mich, wir werden das gleich merken, wie gemacht für 99 Fragen. Jetzt schauen wir auf die Uhr, bei mir ist es 12 vor 4, ich denke, dass wir so in 32 Minuten durch sind, 99 Fragen, so ist es. Jetzt muss ich erst einmal ein Schluck Wasser nehmen. Ja, ich auch, das finde ich ganz gut. Palina, kurze Antworten, gell? Okay. Sex oder Liebe? Liebe, mit Sex. Gay oder straight? Ist doch beides gut. Also für mich jetzt nur straight, aber ich finde beides gut. Für dich eher straight? Hardcore oder Normcore? Was ist denn Normcore? Das habe ich ja noch nie gehört. Das ist ein toller Begriff, solltest du kennen. Normcore, das ist sozusagen die Normalität zum Status erhoben. Lustigerweise ist bei mir gerade die Normalität Hardcore, weil es die nicht gibt. Und H&M oder Sarah? Oh, ganz schwierige Frage. Ja, müssen wir mal offen lassen die Frage. Wie? H&M. Yves Saint Laurent oder Dior? Yves Saint Laurent. Oder darf man nur noch Saint Laurent sagen? Achso, man darf ja nur noch Saint Laurent, nicht Yves. Entschuldige. Ich weiß, dass wir es nicht sagen. Ich bin von ganz früher, ich kenne mich nicht aus. Ich bin aber Yves Saint Laurent besser. Und jetzt geht es richtig rund. Jetzt geht es in die Biografie-Fragen rein. Habt ihr russischen Einwandererkinder einfach mehr Drive als die müden Deutschen? Was? Ja, so sind die Fragen hier. Habt ihr mehr Drive? Ich glaube, ich habe meinen Drive einfach in Deutschland bekommen. Und versteht ihr Russinnen mehr von Weiblichkeit als die Deutschen? Ja, da müssten wir ja weit ausholen und uns fragen, was überhaupt Weiblichkeit ist. Also ich finde viele russische Sinnbilder von Weiblichkeit ein bisschen zu doll. Zu laut? Definitiv zu dick aufgetragen. Und bei manchen Deutschen finde ich es zu wenig aufgetragen. Also eine Mitte finde ich ganz gut. Und teilst du denn Putins ein bisschen abschätzigen Blick auf Europa? Kannst du ihn danach vollziehen? Nein. Und Paulina, was ist denn deine russischste Seite? Oh, meine russischste Seite? Dass ich Knoblauch liebe. Und was waren deine ersten Worte auf Deutsch, als du hier warst? Ich glaube, du kamst mit sechs Jahren. Ist das richtig? Was war das erste deutsche Wort? Na, wir fanden das Wort Entschuldigung total komisch. Das war für uns ein Zungenbrecher. Ich meine Entschuldigung. Das hört sich jetzt mal betrunken an, wenn ich das so sage. Und hältst du der kapitalistischen Welt einen Spiegel vor? Das ist auch nicht meine Aufgabe. Und wird das bei dir damit enden, dass du sehr gläubig wirst? Wenn es weitergeht, ja. Im Kloster oder im Ashram, am Schreien. Und kommen Männer über 25 sowieso nicht in Frage? Was? Doch. Na klar. Unter 25 nicht. Und sind schwule Männer die besseren Männer? Ich finde, schwule Männer sind schon ganz schön tolle Männer. Das ist richtig. Und stimmt das irre Gerücht, dass du gleich zweimal verheiratet bist? Einmal in Russland oder einmal in Deutschland? Ja, du hast noch einmal in Amerika vergessen. Und auf welchen oligarchen Palina hast du ein Auge geworfen? Die sind ja alle so potestig. Und auch noch irgendwie unangenehm. Nicht gut, oligarchen. Nichts für mich, nee. Und ist das harte Arbeit auf bild.de seinen Traummann zu beschreiben? Achso. Ich war gerade so, hä? Ja, wenn man sowas gefragt wird, dann antwortet man. Und jetzt mal ganz im Ernst. Würdest du mit Wladimir Putin sofort ein Verhältnis anfangen? Ähm, nein. Und jetzt kommen schon die letzten Fragen. Spannung. Berstet im Raum jetzt hier. Letzte Fragen. Wie geht es deinen Knien? Geht so. Also jetzt gerade mal wieder nicht so gut, weil ich angefangen habe zu joggen. Aber ich wechsle jetzt die Schuhe und dann wird es besser. Und wie geht es deinem großen Herzen? Dem geht es voll gut. Und wie bekämpfst du deine Depressionen? Indem ich einfach immer mehr arbeite. Und dein Mittelgegenübergewicht? Joggen. Knieschmerzen? Joggen. Joggen. Und natürlich gesund ernähren. Aber nicht dogmatisch. Nicht radikal. Und Lebensprinzip reich, aber dumm? Ja, das ist natürlich in der Theorie witzig und entspannt, glaube ich. Das stammt ja von dir. Ein berühmtes Zitat. Wunderbar. Lebensprinzip reich, aber dumm. Aber ich habe ja noch viel dazu gesagt. Also ja, viel mehr. Und hast du in den letzten zwei Jahren mal ein Buch gelesen? Natürlich. Ja, welches war das denn? Ich wollte jetzt eigentlich deinen Buchtitel sagen, aber ich habe leider vergessen, wie dein Buch heißt. Aber weißt du was? Ich habe mal vor tausend Jahren das Buch 99 Fragen angelesen. Yippie.